Schön, dass du mit dabei warst, Rather. Mal wieder. Da ist er wieder weg. Oh, ich habe tatsächlich immer ein Pine-Zapling bekommen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Wow! Oh, yes. Wo habe ich jetzt meine Items verloren? Das ist doch crazy. Ich finde sie nicht wieder. So komme ich nicht mehr. Bis wann wollen wir noch aufnehmen, maybe. Wenn ich meine Items wieder habe, können wir aufhören. So, that is crazy. Was ist, wenn du sie nicht mehr findest? Was machen wir denn dann? Dann spielen wir ein bisschen die Duendlichkeit. Und noch viel weiter. Und sterben dann. In der Terra. Oh, meine Items, da liegen sie. Dann hast du sie schon. Das ist ja wunderbar. Dann können wir bald aufhören zu spielen und uns schlafen legen. Irgendwas fehlt mir noch. Ich habe noch nicht alles. Oh, Mann, ist das eine Fichte. Sie ist so groß. Und jetzt holz ich sie ab. Dann wird sie nicht mehr stören. Denn sie ist hässlich. Ihre Eltern sind Geschwister. Das ist doch offensichtlich. Ah, Rio. Ja, der Rio. Rio hat es wieder da. Ich will jetzt noch Oak haben. Ich will Treppen bauen. Ich will Treppen bauen. Das geht aus diesen großen Tannen? Geht das auch? Sind das Oaks, die großen Tannen? Nee. Aua. Jetzt schlagen wir hier bloß nicht die Tanne weg, während ich auf der Leiter stehe. Ich bin nur auf mich. Dann ist aber Bohlen offen, ja? Bohlen? Aber Bohlen, sowas von nah. Oh, es ruckelt. Es ruckelt, die zuckelt, die buckelt. Oh, ich habe Möhren gefunden, glaube ich. Das ist Möhren. Oh, ein Creeper. Hallo, Creeper. Sprenge nicht die Möhren. Ich habe mir weh getan. Das wäre noch ein Dreck. Jetzt kannst du nur fliegen. Bums. So. Dann für die Samen. Ich will die Möhren haben. Oh, Möhren. Jetzt brauche ich nur einen Sattel und ein Schwein. Das könnte dich verstören. Du mal lieber den Rutschen. Wusstest du, dass man jetzt auf Schweine reiten kann? Deswegen habe ich es geklärt. Ja. Achso, Fee. Wusste ich auch. Mit Möhren. Hat mir meine Fiona schon in Alster ausführlich gemacht. Aber das ist nicht viel schneller, als wenn du rennst. In aller Ausführlichkeit erklärt. Was ist das nicht? Nicht viel schneller, als würdest du rennen. Was ist das denn hier für ein Wolf? Aber es verbraucht keine Energie. Hier ist ein Bär. Ein Bär? Es knurrt wie ein Hund, aber es sieht nicht aus wie ein Hund. Es sieht eher aus wie ein Bär. Ja, dann würde ich ja mal weggehen. Ich glaube, einen Bären, den legst du nicht so eiskalt um. Ja, hier sind mehrere davon, aber die tun mir auch nichts. Komisch. Es wurden ja auch neue Mops eingefügt. Vielleicht sind das friedliche Bären. Aber Bären kann ich mich nicht mehr erinnern. Was sind das denn für Bären? Rote Bären, blaue Bären, Brombeeren, Himbeeren? An dem hatte ich gerade auch gedacht, aber ich habe mir einfach viel zu schlecht abgetan und deswegen nicht gesagt. Ich bin mir für keinen schlechten Witz zu schade. Das sind bestimmt Piesbären. Ja, bestimmt. Piesbären? Warum denn Piesbären? Wie kommst du am Piesbären? Piesbären? To call me maybe. Friedensbären. Ich wollte eine Axt machen und habe mir eine Schaufel gemacht. So geht es auch. Das ist aber schade. Also irgendwie, wenn ich auf die großen Bäume kletter, auf der Leiter, ich kriege da keine Saplings raus. Das ist aber doof. Kein Plan, woran das liegt, aber du probierst schon die ganze Zeit, aber es geht nicht. Wieso habe ich keine Sticks dabei? Doch, da habe ich doch welche. Ich bin so blind manchmal. Die Axt können wir wegschmeißen, die ist eh schon fast kaputt. Mal gucken, was das hier für ein Holz ist. Vielleicht kann man da raus Treppen bauen. Los, fällt, du Baum. Auf jeden Fall, baue ich es ewig, bis es gefällt ist. Aha. So, was habe ich jetzt für Stimme gekriegt? Diese nicht, da. Ducamore. Was auch immer. Sind die noch da? Ja. Ja. Ich habe... Ich habe nicht immer solche Angst. Ich habe gerade nur Holz gestapelt. Wollen wir schlafen gehen, damit die Bäume wachsen? Und die Kohle fertig wird und alles toll ist und super und viel Freude Schneiderkuchen. Ich probiere jetzt nochmal ins Wasser zu gehen. Ich bin ein bisschen weit weg, ich kann gerade nicht. Schlafen gehen? Ja. Dann musst du dich kurz ausloggen. Wir hatten übrigens keine Disconnects mehr, ne? Ne. Liegt ihr beide im Bett? Moment, noch nicht, gleich. Schaut mal bescheuert, wenn ihr beide im Bett liegt. Gleich liege ich im Bettchen. Hey, liegst du im Bett? Ich liege im Bett. Ich liege auch im Bett. Das wird wieder im Tag. Ja, es ist wieder Tag. Na toll, so geht es auch. Das ist ganz toll. Das werden spannende Folgen, Ratham, für deine Zuseherschaft. Ist das jetzt fertig hier? Wieso? Weil ich ab und zu mal... Also das hier sind Wölfe eindeutig. Hier haben wir eine andere Farbe. Oh, Endermint hinter mir. Hinter mir sind zwei Endermin. Ja. Die Kohle ist fertig. Minger, Minger. Oh, man backt auch nicht mehr auf Kohle rum übrigens, ne? Yay, toll. Das ist ja crazy. Boah, gibt es hier überhaupt keine Bäume hier? Ich bin hier wohl voll weit gerannt, ey. Kohle schaufeln, das klappt jetzt, maybe. Und alle mit der Schaufel fangen an zu graben. Boah, nächstes Mal nehmen wir uns ein anderes an. I just called to say... Oh Gott, bitte nicht. I hate you. Kohle. Wie gesagt, Kohle. Kohle. Nee. Wir können auch, wir können auch... Ah, Ei, grabe. Nee. Ich, ich grabe. Nein. Mich in die Kohle rein, ganz tief. Nein, nein, danke. Und jetzt ist meine Schaufel. Genioher dann. Sie ist kaputt. Was mach ich da? Craft mir eine neue. Oh, wunderbar. Wie ich mich freue. Wenn ihr auch Kartoffeln mögt. Ich, ich crafte eine Kartoffel, das ist voll krass. Und macht so Spaß. Ich, ich crafte... Esch. Was ist Esch? Das ist ein Pokémon Trainer. Trainer, ja. Was ist das denn Bogenschütze? Es ist Esche wahrscheinlich. Aus Grandia. Ich würde sagen, es ist Esche. Kann man daraus... Esch ist Esche. Kann man daraus Treppen craften? Du kannst nur aus Oak Treppen craften. Nur aus Oak? Es gibt doch drei verschiedene Holzenarten, wo man Treppen auskraften kann. Dachte ich, aber... ... ich hab letztens mal nachgeguckt, das war nicht so. Aber wir haben jetzt die neue Version. Try it, maybe. Ich hab schon ganz viele Dinge jetzt versucht, aber ich krieg einfach keine Treppen hin. Wo ist denn jetzt meine Axt, verdammte Axt? Ach, scheiß doch. Dann hat der Craft nicht hierüber stehen. Dann such ich jetzt noch ein bisschen Oak und danach können wir uns ausloggen, wenn ich die Oak gefunden habe. Oder wenn wir keinen Bock mehr haben. Habt ihr keinen Bock mehr? Habt ihr nicht mehr, ne? Also mir geht's gut. Ja. Mir geht's auch gut. Ich müsste nur noch was zu essen machen. Wie sollst du Hunger? Aber etwas. Ich glaub, hier komm ich nie wieder runter. So, warum bin ich denn hier? Warum bin ich hier... Neue, Kohle. Das ist so geil. Aber dann geh ich mir jetzt etwas schmieden. So. Mach das. Wir haben ja noch ein paar... Brauch ich dafür Kohle eigentlich? Brauch ich dafür Kohle? Nee, nee. Holz brauchst du dafür. Gut. Hier hinten ist Lehm. Ich hab ihn gefunden. Holz brauch ich dafür, sagst du. Du musst ja irgendwie den Branden aufwärmen. Aha, aha, aha. Ja, okay, dann verstehe ich das jetzt, ja. Ja, 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 ja. Das ist, äh, das ist durchaus logisch. Mein werter Herr. Mein Leben füllt sich auch nicht mehr auf. Ich weiß nicht warum. Dann nehm ich mir das hier mal auf. Vielleicht muss man hier an den Blumen riechen oder so, damit der Leben sich wieder auffüllt. Douglas, feel. I don't know. Ah. Hab keine Ahnung, woran das liegt, gell? Ehrlich? Krieg keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und nochmal, wenn ihr wisst, Leben und so, dann schreibt's in die Kommentare. Dann schreibt's in die Kommentare. Vorhin hat er noch gesagt, wir machen das nicht, ne? Ne, machen wir auch nicht. Ich wollte es nur nochmal ins Lächerliche ziehen. Ach so. Ja, also, schreibt's in die Kommentare. Haltet die Fresse. Ja, klein. Ja, klein. Was ist das hier? Weizen. Oh, ich mach mir jetzt ne, ich mach mir jetzt ne, ich mach mir jetzt ne Pickaxe, so. Ach so, ich. Gib mal das Ding hier, Alter. Ich seh dich. Gib mal hier. Und der, wen? Und das ist crazy. Hallo. Haben wir eigentlich schon Tomaten? In meinem Inventar, ja. Paprika im Inventar. Ich habe drei Stück, maybe. Nur vielleicht. Jetzt mal eine Richtung guck, was ich da so finde. Boah, vielleicht habt ihr was im Inventar. So, Thin Pickaxe, Bismut Inglot. Womit, womit, äh, muss ich mir jetzt erstmal hier Bismut oder sowas einschmelzen? Was hab ich denn hier? Ich hab Cassery. Das ist ja auch rote Paprika. Was? Was bringt denn, was bringt denn Cassery, wenn ich das jetzt schmelze? Wir haben unten noch Barren, du brauchst nicht schmelzen. Ich will aber mal einen Barren machen. Ich hab Dschungelbäume gefunden. Ich hab Dschungelbäume gefunden. Wie mach ich denn, wie mach ich einen Barren, Leute? Wie mach ich einen Barren? Wir haben unten noch Barren. Barren muss im Hochschmelzen mit Kohle zusammen. Achso, aber dafür brauch ich ja erstmal so ein, äh, Gedönse, ne? Was für ein Gedönse? Äh, so eine Form. Verstehst du, was ich meine? Alter, Junge. Ja, ähm, ich würd jetzt sagen, ich hab zwei Formen hier und ich hab auch Clay hier. Ähm, ich glaub, in den rechten Lagerfeuer sind noch Formen drin. Da müsste eine drin sein, wenn du Glück hast. Aber ich... Ach, jetzt, jetzt hab ich mir einen Barren genommen. Jetzt muss ich den Barren erstmal aufheizen und den dann... Der muss ja dann erstmal so... Behauen werden. Ich glaub, die sind schon behauen. Ge-ge-klöppelt. Echt? Die müssen nur noch, ähm, schmieden, glaub ich. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche... Aber dann muss ich's ja sowieso nochmal, äh... Erhitzen musst du auf jeden Fall. Das stimmt. Erhitzen. So, komm mal her, du. Aber gelbe Posten nicht eingefunden. Wie, wie... Wie warm müssen die dann werden? Wie warm müssen die werden? Nur hot oder müssen die... Very hot. So. Very hot. Ich hab kaputt. Port mir jetzt zu euch. Ich hab keinem, okay. Wieder zurückzulaufen. Kaputt. Hab auch Zunge, wir wollen mich vorne. In der anderen Richtung. Und, äh, wie bist du sicher? Dass du nicht wieder bei mir bist? Oh. Letzt allein, vielleicht bin ich bei dir. Vielleicht hattest du dich nicht dahin porten. Ich hab mal gefunden. Ich hab mich zu dir geportet. Und, das sieht genau so aus wie ich gerade gesehen habe. Oh, wahrscheinlich bist du da. Lol, Ed, mein Barron ist weg. Ja, das ist so heiß worden. Wenn das flüssig wird und dann ist er zu heiß, dann... Ist der Barron weg? Nee, er ist komplett weg. Ja, dann ist er komplett weg. Das heißt, er hat ihn kaputt geschmolzen. Mein Barron ist weg. Der Barron? Der Barron ist weg. Der Barron. Mein Barron? Mein Barron ist weg. Mein Barron. Oh, der Barron. Mein Barron. Borron? Das war doch der Gott bei... Borron. Bei DSA. Borron. Bei DSA, das war Borbarat. Boron, Boron, Borbarat. Ich habe Möhren gefunden. Ich habe Möhren gefunden. Boron. Boron sagt mir ehrlich gesagt nicht. Schwarz, das ist doch der böse Gott bei... DSA. Ich hab Carrot Seeds. ...dessen Namen man nicht ausspricht. Ich hab Carrot Seeds gefunden. Yeah. Bist du dir da sicher? Da wird ein Carrot anbauen. Oh, was ist das? Da ist eine neue Pflanze. Was der so heißt. Nein. Pflanze? Neue Pflanze? Was ist das? Oh, was ist das? Ich habe Soja-Bunnen gefunden. Yeah. Etwas neu. Bend. Und was ist das hier? Draw. Ich habe lila Holz gefunden. Auch gut. Ja, das ist halt die... Aber ich habe Oak gesucht eigentlich. Okay. Oh, Draw ist aber fett. Also Draw, Draw. Dann Bend und dann Punch. Damit habe ich eine Bismuth Pickax Medium gecraftet. Wie ist denn so eine Bismuth Pickax Medium drauf? Ist die gut so drauf? Die ist halt mittelmäßig drauf. Die ist mittelmäßig drauf. Dann crafte ich mir am besten gleich noch eine, wa? Wie ist denn Tin Pickaxe? Ja, die ist halt aus Sin. Die ist auch mittelmäßig drauf, richtig? Das kommt auch an, wie gut du die schmiedest. Ja, die ist ja schon geschmiedet. Achso. Ja, die ist... Dann ist sie toll. Weil er sie geschmiedet. Erschiedet habe ich sie. Entschuldigung. Wahrscheinlich ist sie zurückgekommen aus dem Äther. Genau. Hat sich selbst aus dem Äther ercheated. Achso, dann muss ich den Plan zurückpacken, ne? Den Plan muss ich zurückpacken. Dahin. Und dann Prospectors Pickaxe. Ach, habe gefunden. Was ist das? Sind das Tomaten? Sind das Paprika? Was ist das? Tomaten! Habe gefunden. Ich habe, ich habe gefunden. Ich habe, habe gefunden. Habe. So, jetzt habe ich schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Holzsäuren. Ne? Ja doch. Das ist ja toll. Ja, aber ist nicht das dabei, was ich habe? Jedes Gemüse, das packe ich alles mal hier rein. Das denn hier hin? Ist noch was Neues? Das? Oh, Garlick. Okay, das haben wir schon. So, hier im Ober. Allem, you. Neu kommt da rein, auch das. Hier kommen Steine rein. Da kommen Erze rein. Was haben wir da unten drin? Ah, interessant. Ne, der kommt woanders hin. Da packen wir jetzt ein bisschen großes Fleisch rein. So, was haben wir hier noch? Fleisch, 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 Fleisch. Das kommt da rein. Was ist das? Wir haben noch Oogplanken.